Ach ja, heute machen wir es uns gemütlich und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier sind heute vier Stretches, die gut beweglich machen, aber auch gemütlich sind, denn der Körper braucht immer eine Weile, bis er die Schutzspannung löst und das geht am besten, wenn es gemütlich ist. Die Stretches setzen an Schlüsselgelenken an und als erstes ziehen wir einfach nur beide Knie an den Oberkörper ran, um uns auf den ersten Stretch vorzubereiten. Dann versuchst du mit beiden Händen an deine Füße ranzukommen. Du kannst deine Knie beugen, du kannst sie strecken. Schau einfach, was du heute brauchst und schau, dass es für dich gemütlich ist. Du wirst merken, dass du eine leichte Dehnung in den Leisten spürst und das ist völlig okay, weil du brauchst hier nichts zu forcieren, weil der meiste Teil passiert einfach via Schwerkraft und somit kannst du einfach entspannen und versuchen, deine Bewegung in der Position zu finden. Vergiss dabei nicht, ruhig zu atmen. Der Körper braucht ungefähr zwei Minuten Zeit, um mehr oder weniger bei einer leichten Dehnung zu entspannen, dass die Schutzspannung weggeht. Also lohnt es sich wirklich, es sich hier gemütlich zu machen, wenn du noch irgendwo Kissen brauchst. Du könntest dir selbst auch Kissen unter deinen Po legen, damit du vielleicht leichter an die Füße rankommst. Also hier geht es nicht darum, eine bestimmte Position zu halten, sondern es geht darum, dir es in dieser Position gemütlich zu machen, sodass die Dehnung in der Leiste verhältnismäßig sehr leicht ausfällt und du diese Dehnung lange aushalten kannst. Finde nach einer ganzen Weile deinen persönlichen Weg aus der Dehnung heraus und ich zeige dir jetzt noch eine zweite. Da benutze ich tatsächlich zwei Kissen und die lege ich mir unter meinen Rücken, eher Richtung unterer Rücken und da lege ich mich einmal drauf. Ich nehme die Arme über den Kopf, sodass meine Brust so weit vorne sehr weit wird. Ich kann die Beine aufgestellt lassen. Wenn ich das intensivieren möchte, dann kann ich meine Beine auch strecken. Das kannst du für dich herausfinden, was wieder für dich angenehm ist und hier bleibe ich wirklich sehr, sehr lange oder gerne sehr lange und atme einfach tief vorne in die Brust herein, um alles weit zu machen. Ich selber spüre hier die Dehnung tatsächlich in den Schultern und auch in der Brust vorne, gerade nach einem Brusttraining. Also es ist sehr zu empfehlen, diese Übung auch einfach mal zwischendurch zu machen. Ich kenne von einigen Erzählungen auch, dass diese Dehnung in der unteren Wirbelsäule zu spüren ist. Schreib doch mal in die Kommentare, wo es bei dir bei dieser Dehnung ankommt. Für die nächste Dehnung platziere ich dann die Kissen gerne unter den Kopf und ich nehme die Knie auseinander und bringe Fußsohle gegen Fußsohle. Wenn der Boden, also zum Beispiel die Matratze, weich ist, ist es möglich, den Bauch ganz entspannt zu lassen, um einfach die Knie weit auseinanderfallen zu lassen, dann ist es ein etwas anderer Fokus als bei Dehnungen, wo es wirklich um eine Öffnung der Leiste geht und zur Unterstützung der Öffnung dann den Bauch anzuspannen. Das ist in der Version nicht wirklich nötig, einfach weil der Fokus woanders ist. Der Fokus hier ist wirklich eine passive Dehnung via Schwerkraft und der Körper sucht sich seine Bewegungsmöglichkeiten ohne starken Nachdruck von außen. Wenn ich allerdings merke, dass es irgendwann in der unteren Wirbelsäule unangenehm wird, dann platziere ich die Kissen unter die Knie, dann ist der Zug auf die Innenoberschenkel wieder etwas reduziert und ich kann wirklich entspannen und locker lassen. Wenn ich aus der Dehnung rausgehe, versuche ich die Knie nacheinander zu schließen. Meistens bin ich danach ein wenig verschlafen und als nächstes schlage ich vor, quasi aus dem Vierfüßlerstand einmal in die Kleinkindhaltung, das ist ein bisschen angelehnt, tatsächlich aus dem Yoga. Die Arme sind lang nach vorne. Wenn ich mit der Stirn aufkomme und ich nicht wirklich einen Dehneffekt habe, dann lege ich unter meinen Händen auch gerne noch einen kleinen Stapelkissen. Damit ist die Dehnung in der Schulter noch mal ein bisschen intensiviert, der Rücken gerade. Ich versuche aber trotzdem einfach ruhig zu entspannen. Also eigentlich auch eine Position zum Schlafen jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht und daraus entwickle ich auch relativ schnell eine Adduktorendehnung. Im weichen Bett ist das tatsächlich sehr angenehm, da spürt man nämlich fast gar nichts. Ich packe jetzt hier meine Kissen unter meinen Becken. Somit ist der Druck einfach etwas abgefedert und dann kann ich mich ziemlich gut und bequem auf den Bauch legen. Ich bin jetzt hier auch in so einer halben Frosch-Position. Ich finde, das kann man ganz gut so gestalten, wie man es vielleicht gerade braucht. Ob eine reine Adduktorendehnung oder vielleicht auch eine Froschdehnung. An guten Tagen platziere ich dann relativ schnell wieder die Kissen unter meinen Kopf. Ja, und das ist dann wirklich eine Position, da könnte man vielleicht auch doch schlafen. Manchmal mache ich das wirklich kurz vorm Schlafen gehen und wenn ich mich dann aus der Position auflöse, bin ich sehr tiefenentspannt und mir hilft es manchmal, solche Übungen auch zum Einschlafen zu nutzen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es ist ja etwas anders als meine anderen und vorigen Videos. Ich möchte einfach nur deutlich machen, dass mehrere Wege nach Rom führen und dass eine gute Mischung zwischen mehreren Stretch-Ansätzen einfach schneller zum Ziel führen. Wenn du jetzt allerdings noch Lust hast auf mehr, dann stehen natürlich meine anderen Videos wie immer auf meinem Kanal zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du es nicht schon hast und ich freue mich, werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschau!